So, kommen wir zum neuen Teil von Core Data und zwar, was haben wir so die letzten Videos gemacht, ganz kurz als Wiederholung. Wir haben halt hier in dem Storyboard einmal das so, dass dies ein erstellt, das heißt hier haben wir eine Tabelle, hier haben wir einen anderen Controller erstellt, wo wir diese To-Dos eben erstellen können. Und je nachdem, ob ich jetzt Speichern oder Abbrechen drücke, oder beziehungsweise bei beiden war das ja der Fall, komme ich wieder zurück zur Tabelle. Das waren diese Befehle, diese Dismiss-Befehle hier. Okay, also schmeiß mir quasi den Controller aus, geh wieder zum letzten, wo du halt hergekommen bist. So, hier, hiermit wollen wir uns jetzt beschäftigen, und zwar mit dem Code Data Manager, also mit der Klasse, denn wir können bis jetzt Objekte erstellen, aber zum Beispiel Objekte natürlich noch nicht laden und dementsprechend können wir diese Objekte auch noch nicht in der Tabelle anzeigen lassen. So, gehen wir mal zurück zum Code Data Manager und zwar, ich will dir eine kleine Änderung vornehmen und zwar, wir haben hier solche Klassenfunktionen benutzt. Und ich möchte dir einmal das Singleton-Pattern zeigen. Singleton-Pattern heißt eben Singleton-Einzeln. Also in der Programmierung gibt es eben verschiedene Muster, wie man gewisse Sachen eben lösen kann. Und eins davon ist das Singleton-Pattern, das heißt, von dieser Klasse wird es nur ein einziges Objekt geben in dem ganzen Projekt. Die Logik dahinter ist ja eben, von diesem Code Data Manager brauchen wir letztendlich auch nur ein Objekt, denn wir wollen Objekte speichern, Objekte laden. Wir brauchen nur ein Objekt davon. So, und wie das Ganze funktioniert, will ich dir jetzt einmal kurz zeigen. Das geht nämlich wie folgt. Wir erstellen hier eine statische Variable und in der Regel nennt man die auch tatsächlich Shared. Und die ist ein Objekt von Core Data Manager. Das Ding ist ja hier der Initializer. Das heißt, hier in Shared ist jetzt ein Objekt von diesem Typ Core Data Manager drin. So, und dieses Objekt Shared soll eben diese Methoden aufrufen, wie Create Object oder Save Context und sowas, je nachdem, was wir da so brauchen. Dementsprechend können wir hier dieses Class-Ding vorne einmal wegmachen. Alles klar. So, der Mac hat hier und zwar diesen Context, machen wir auch nicht mehr statisch, sondern eine ganz normale Objektvariable. Dann können wir mal ganz kurz Command und B für Build drücken. Dann baut er das Projekt, aber startet nicht den Simulator. Und zwar, der hat jetzt die App quasi erstellt, aber nicht im Simulator, sondern einfach nur so. Und zwar, der Mac hat jetzt wahrscheinlich, weil wir im AddToDoViewController nämlich folgendes haben, genau. Hier steht jetzt Core Data Manager.CreateObject. Das geht jetzt nicht mehr, weil diese Methode CreateObject eben nicht mehr dieses Schlüsselwort Class hat. Das ist jetzt keine Klassenfunktion mehr, sondern eine Objektmethode. Und deswegen müssen wir das Ganze über diese Shared machen. Also gehen wir mal AddToDoViewController, hauen das hier mal raus und kümmern uns wahrscheinlich, schreiben wir es mal eben hin. Also wir müssen jetzt Core Data Manager machen und dort gibt jetzt eben diese Variable Shared und die kann jetzt eben diese Methoden aufrufen, wie zum Beispiel CreateObject. Und zur Sicherheit, weil dieses TextToDoField optional ist, beziehungsweise der Text da drin, weil es kann ja sein, dass er eben keinen Text eintippt, machen wir mal eine kleine Überprüfung, ob überhaupt da was drin ist. Schreiben wir mal rein GuardLetText gleich TextToDoTextField.Text. Ansonsten, wenn nichts drin ist, schreibe ich hier Return hin und genau. Also was passiert da jetzt im Endeffekt? Es passiert jetzt folgendermaßen. Hier rechts haben wir eben ein Optional, also Optional. Also wenn wir jetzt Text gucken, Text ist vom Typ nicht String, sondern Optional. Wenn dort ein Wert drin ist, dann ist es eben ein Typ von Typ String. So, das entpacke ich jetzt hier auf der rechten Seite und wenn das Entpacken klappt, das klappt ja nur, wenn dort tatsächlich ein Wert drin ist, dann kann ich diesem Wert tatsächlich hier diesem LetText eben zuweisen. Ansonsten sind wir eben hier. Ansonsten mache ich halt Return. Dementsprechend verlassen wir umgehend diesen SaveButton hier das Ding und dann passiert halt gar nichts. Theoretisch könnte man jetzt hier noch irgendwie dem User dann zum Beispiel in einem kleinen Fenster mitteilen, hey, du musst da Text eintippen oder sowas. Wir können jetzt für uns folgendes Mal hier eintippen vielleicht, Print, bitte Text eingeben. Ja, dieser Printbefehl, das wird jetzt der User nicht sehen, weil das noch hier unten in der Konsole erscheint. Aber theoretisch könnte man jetzt hier noch irgendein Button, Label anzeigen lassen, hey, Text eingeben oder sowas. Und diesen Text, wenn dort tatsächlich ein Wert ist, also wenn da was eingetippt wurde, übergebe ich hier in unser Create Object. Alles klar, damit wären wir hier auch fertig, gehen jetzt zurück zu Core Data Manager und wollen mal loslegen mit dem Laden der Objekte. So, wie machen wir das? Und zwar, immer wenn wir irgendwas aus diesem Core Data, aus diesem persistenten Speicher eben, das ist ja Core Data, wir können auf den persistenten Speicher von so einem iPhone zugreifen, wollen wir die Sachen laden und was bekommen wir da zurück? Da bekommen wir immer ein Airway zurück mit diesen Objekten, was wir eben laden wollen. In unserem Fall haben wir ja nur eine Entität erstellt, das heißt, wir haben dort eh im Speicher nur Objekte vom Typ ToDo. Und genau die wollen wir uns einmal herholen, beziehungsweise laden. So, dafür erstellen wir mal hier oben auch ein neues Airway, nennen das Ganze mal var-todos, ist gleich vom Typ Airway, diese eckigen Klammern müssen wir hier reinsetzen und dann schreiben wir hier rein, was sollen da überhaupt rein in das Airway, und zwar Objekte vom Typ ToDo. Alles klar. So, Objekte laden, ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen mehr Platz rein. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer, das zu lesen. Okay, Objekte laden, also nennen wir das Ganze mal Func, ja, Load, Load Items oder sowas nennen wir das einfach mal. Alles klar. So, wie bekommen wir jetzt Sachen aus diesem Core Data, wie bekommen wir Sachen aus diesem Persistenten Speicher zurückgegeben? Und zwar, wir müssen immer ein Request erstellen. Request, wenn man es jetzt übersetzt ist, heißt das eben Abfrage. Wir müssen eine Abfrage an diesen Speicherset machen. Hey, schau doch mal bitte nach, ob du da Objekte vom Typ So und So, in unserem Fall ToDo, findest. Hey, wenn du die findest, wäre cool, wenn du mir die wiedergibst. So, in etwa kann man sich das vielleicht so vorstellen. Also, machen wir jetzt mal diesen Request hierhin, also diese Abfrage. Dafür müssen wir ein Request einmal erstellen. Dafür gibt es extra eine Klasse von Core Data und ich nenne das Ganze jetzt mal Request. Das ist einfach nur die Konstante, wo ich jetzt diese Abfrage an den Speicher eben, an diesen Persistenten Speicher eben stelle und mache eine Zuweisung und zwar ist das die Klasse NSFetchRequest. Und hier öffnen wir jetzt einen Initializer und hier steht jetzt einer mit IntentityName und hier müssen wir jetzt den Namen eingeben von der Entität, also welche Objekte wir letztendlich herunterladen wollen, beziehungsweise herbekommen wollen aus dem Speicher. Und das ist in unserem Fall der ToDo, weil wir ja bis jetzt nur ein Objekt eben davon haben. Klar, wenn man jetzt, nehmen wir mal, man hat jetzt ein größeres Projekt, wo hier drei, vier verschiedene von diesen Entitäten sind, dann muss man eben verschiedene Requests erstellen, also verschiedene Abfragen. So, der Mac hat jetzt hier und hier muss man jetzt Folgendes machen. Mal draufdrücken und zwar will der hier so einen generischen Typ haben und da tippe ich jetzt mal ein ToDo. Was ist dieses, was ist dieses Generische eigentlich? Für diejenigen, die es noch nicht wissen, es heißt im Endeffekt sowas wie, wir erstellen eine Abfrage, aber nur für die Entität ToDo. So, jetzt haben wir hier also diese Abfrage. So, was wir jetzt machen müssen ist Folgendes und zwar der Kontext. In diesem Kontext, das hat ich hier mal erklärt, da sind ja eben diese ganzen Objekte eben gespeichert. Und dieser Kontext hat auch eine Methode, um uns die Objekte herzugeben oder herunterladen, ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber wir bekommen die eben aus diesem Kontext oder der gibt uns diese Objekte wieder, je nachdem, welche Abfrage wir den übergeben. So, dafür müssen wir wieder so eine Fehlerbehandlung machen mit DoCatch. Und hier bei Try müssen wir jetzt hinschreiben, was er denn versuchen soll. Und zwar, versuch doch mal Kontext, hey Kontext, versuch mal bitte folgendes, Fetch, also hol mir mal ein paar Daten rüber und mit dem Request, den wir hier übergeben. Hier an diesen, hier an diesen Throws sieht man eben, dass wir eben so einen DoCatch-Block eben brauchen. So, hier übergeben wir jetzt diesen Request, also die Abfrage der Daten. Und was jetzt eben ganz interessant ist, das hatte ich ja erwähnt, ist, und zwar, dass dieser Fetch hier, der gibt mir immer ein Airway wieder. Also hier steht es auch sogar, return an Airway of objects that meet the bla 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 of the given Fetch Request. Ja, also gibt mir ein Airway wieder, entsprechend der Abfrage, die ich dem halt übergeben habe. So, wollen wir mal das Airway auch mal direkt abspeichern und nennen das Ganze mal nicht Let, sondern wir haben ja schon ein Airway hier erstellt und zwar hier To-Dos. Also machen wir To-Dos gleich. Das heißt, wir bekommen von diesem Fetch, also von dieser Abfrage, bekommen wir eben das Airway und speichern das hier oben in dieses Airway, was wir hier erstellt haben. So, hier müssen wir jetzt noch was machen und zwar Catch, hier geben wir dann eben den Fehler aus, wenn das Ganze nicht klappt, Error.locationDescription. So, das war es jetzt eigentlich auch schon zum Laden. Du siehst, so viel ist das überhaupt nicht. Also nochmal ganz kurz, wir haben also eine Methode erstellt, wir haben hier eine Abfrage erstellt und zwar zu dieser Entität To-Dos. Wir wollen also die To-Dos aus diesem Speicher einmal laden und hier mit diesem Do-Catch machen wir halt eben eine Fehlerbehandlung, falls da irgendwas schiefläuft. Und hier dieser Kontext hat eben eine Methode, die heißt Fetch. Wenn man sich Fetch übersetzt, heißt das eben Hole, hole mir die Daten, die zu diesem Request passen. Die Daten, haben wir eben gesehen, werden immer als ein Airway zurückgegeben. Dementsprechend speichern wir das Ganze hier in diesem To-Dos-Airway. Alles klar. Was wir jetzt noch brauchen ist, weil wir das dann später in der Tabelle natürlich anzeigen wollen, die Daten, die wir da gespeichert haben, müssen wir die Anzahl der Dateien, beziehungsweise Anzahl der Objekte in diesem Airway eben uns einmal ausgeben lassen. Und dafür machen wir am besten auch nochmal kurz eine Methode. Count Airway nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Und wir machen mal func getNumberOfItems, nenne ich die jetzt einfach mal. Und die wird einen Rückgabetyp haben, und zwar einen Rückgabetyp vom int. Und da machen wir jetzt einfach nur return to-dos.count. Also dieses Count, die Count-Eigenschaft, gibt mir eben an, wie viele Elemente in diesem Airway sich befinden. So, was wir jetzt noch machen, also was ich jetzt noch machen möchte, ist und zwar folgendes. Und zwar, wir haben jetzt die Klasse CoreDataManager hier genutzt, und wir haben hier auch diesen Initializer genutzt, um eben ein Objekt dieser Klasse zu erstellen. Und ich möchte immer, wenn ich über dieses Shared zugreife, dass die Objekte da schon geladen sind. Denn hier momentan ist noch gar nichts geladen. Wir haben zwar die Methode erstellt, aber wir müssen die Methode natürlich einmal aufrufen, damit das Ganze eben einmal abläuft. Also hier, das ist ja nur sozusagen so ein Dummy, wenn man so möchte. Und das ganze Ding läuft, oder macht das ganze Zeug, was hier in dieser Klammer steht, erst, wenn ich laut Items irgendwo aufrufe. Und das machen wir wie folgt. Und zwar, im Moment, machen wir das mal hier. Und zwar in der Init, die mache ich mal auf private, Init. Und diese Init, das ist ja der Initializer, also quasi das Ding hier, was mir dann so ein Objekt erstellt. Und wenn ich hier so ein Objekt erstelle, möchte ich einmal, dass die Items geladen werden. Dementsprechend ist hier in diesem Shared jetzt das Ding hier, dieses Airway, eben mit Werten befüllt. Und das ist ja der Anstieg, das ist ja der Anstieg. Und die Anstieg, da steht das Ding hier, das ist ja der Anstieg. Untertitelung des ZDF, 2020